Ja, mo mo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. In der letzten Folge haben wir unser Dorf weiter ausgebaut, haben festgestellt, dass wir noch miese machen und wir haben jetzt vor, eine Schmiede zu bauen, um langsam ins Plus zu kommen. Dafür brauchen wir Kohle und jetzt werden wir, äh, ja, äh, den richtigen Preis raussuchen für unsere Kohle. Und den billigsten nehmen wir dann am besten, ne? So, hier wären wir bei unserem ersten Checkpoint. Hallo. Gott schütze dich. Ich möchte Kohle für Priebus Lavitz kaufen. Ich möchte gerne Kohle kaufen. Sicher, Heinrich, was immer du brauchst. Es könnte mehr sein, als du denkst. An wie viel Kohle hast du denn gedacht? Fünf Säcke. Und zwar nicht nur einmal. Hast du nicht gemerkt, dass der Wind da rum ist? Priebus Lavitz hat eine neue Schmiede und ich muss sie mit Kohle versorgen, da ich der Vogt des Dorfes bin. Der Vogt? Echt? Sachen gibt's. Herzlichen Glückwunsch. Ach, das ist kein Zuckerschlecken. Aber danke. Also gut. Aber schenken können wir dir so viel leider nicht. Auch wenn du uns mit Rotschopf geholfen hast. Keine Sorge. Das erwarte ich auch nicht. Wie willst du die Kohle transportieren? Ich habe dafür einen Händler. Er kann dann immer mit einem Karren kommen und sie holen. Ihr müsst sie da nur aufladen. Warum nicht? Was den Preis betrifft. 180. Das ist zu viel. Ist ein bisschen teuer. Ich fürchte, da kann ich nichts machen. Billiger kriegst du die Kohle nirgends. Zur Zeit kostet sie halt zu viel. Kannst es dir ja überlegen. Okay, 180. Das merken wir uns. Und gucken woanders noch. Kohle aus Rattai. So, nächster Punkt. Kohle aus Rattai. Hello, my friend. Mach schnell. Kohle. Was? Sicher haben. Wozu brauchst du die? Ja, bla 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 bla. Ach, für. Und? Warum nicht? Wie viel brauchst du? Mindestens fünf? Und wie bra... Ein Händler. Nun, was hältst du? 220. Ach, das ist ein Vers... Lebe wohl. Niemals. Ich weiß, ich habe kein Geld dabei, aber wir gucken ja eh nur. Und ich hoffe, dass ich zwischenzeitlich irgendwie genug Geld zusammenkriege. Also zumindest die erste Tour kriege. Okay. 180 ist bisher das beste Angebot. Kohle vom Galgenberg. So, nächster Ort. Hallo. Du bist nur ein Köhler, ne? Wie viel kostet es bei euch? Guten Tag. Steht noch Kohle zum Verkauf? Wir haben wohl noch welche. Ich bin noch interessiert. Und wie bringst du sie ins Dorf? Ein Händler kümmert sich... Nun, solange er kommt. Was hältst du? 220, schon wieder? Ach, das ist kein Versuch. Ich habe übrigens ein bisschen Geld organisiert. Also 180 ist bisher das... Beste. Weil ich denen geholfen habe. Ah ja, gut. Haben wir sonst noch Optionen? Kohle aus Sarsau. Stein. Na gut. Gehen wir da hin und dann müssen wir halt da kaufen. Während uns nichts anderes übrig bleibt. So, wir sind am letzten Punkt angekommen. Hier werden wir auch gleich schlafen, weil ich übelst müde bin. Guten Tag. Steht noch... Ich... Ein... Bla bla bla. 220, na gut. Okay. Ach, das ist... Dann kaufen wir für 180. 80, das ist, äh... Wohl am besten. Was soll's? Gehen wir erst mal schlafen. Ein neuer Tag. Die Welt steht still, ein neuer Tag. Ach ja. So, okay. Ähm, wir kaufen unsere Kohle da oben. Ist auch ein bisschen näher dran, muss ich sagen. Aber... Gut, ich hätte es ehrlich gesagt noch billiger gehofft. Oh, na ja. Wo war das hier, ne? So... So... Mein Gott, was... Habt ihr noch... Habt wie... Ich hab... Angebot an ihm. Gut. Sehr schön. Du bekommst die erste Ladung, sobald dein Karren hier ist. Möge Gott mit dir sein. Hallo. Okay. Gut, das hätten wir geregelt. Wir haben jetzt genug Kohle für die Schmiede. Somit gehen wir wieder zurück... ...nach Pribis-Lavitz. So, zurückgebringt bis Lavitz. Wir haben noch hier etwas zu erledigen. Wir müssen wieder richten. Es gibt noch eine unangenehme Angelegenheit. Nicht so unangenehm, hoffe ich. Das musst du entscheiden, Meister Vogt. Wie du weißt, gehören die Wälder und alles darin unserem Lehnsherr. Er gestattet es dir, sie zu nutzen. Aber soweit ich weiß, darf sonst niemand in den Wäldern jagen. Hm, lass mich raten. Einige aus unserer Gemeinde gehen in den Wäldern auf die Jagd und ich muss mich darum kümmern. So ist es. Eigentlich sollte der Lehnsherr selbst über sie richten, aber ich fürchte, Herr Divish würde etwas zu hart durchgreifen. Welche Optionen habe ich? Du kannst die Wilderer der Obrigkeit übergeben, sie mit einer Ermahnung davon kommen lassen oder ein Auge zudrücken und sie von Gott richten lassen. Wie entscheidest du dich? Ähm, sie ermahnen. Wir beschlagnahmen das illegal erlegte Wild und lernen die Übeltäter das Fürchten, damit sie es nicht wieder tun. Die Obrigkeit muss davon nichts erfahren. Wir sollten hier selbst für Ordnung sorgen. Kluge Entscheidung, Heinrich. Wird erledigt. Easy. Gut, wo du schon mal hier bist. Halt, nein, ich muss mir... Verdammt. Ich muss mir erst mal unsere Finanzen angucken. Ist doch toll. Ein paar Groschen extra schaden mich. Was ist hier los? Wovon redet ihr? Hä? Ist es jetzt besser? Ja, danke. Ne, gut. Gucken wir unsere Finanzen an. Wir waren jetzt ein paar Tage nicht da. Die würden wahrscheinlich ein bisschen geschrumpft sein. Ich hoffe nicht allzu sehr. So, 9600. Ja, nur ein bisschen geschrumpft. Vielleicht nicht so schlimm. Ich weiß nicht, was diese Truhe bedeutet, aber egal. So. Ach Gott, lass mich hier durch. So, wie sieht's aus? Kohle. Ist gebongt. Zahlen wir 180 für, aber es wird gar nicht aufgelistet. Holzfällerlager, Brücke, Geschäft, äh, provisorisches Rathaus. Wieso mach ich miese im Geschäft? 130? Warum? Womach ich miese im Geschäft? Oh, wegen der Kohle. Okay, ich verstehe. Die Kohle. Gut, wir haben Kohle. Wir können jetzt, wir bauen jetzt die Schmiede. Ich möchte die Schmiede. Ich möchte die Schmiede. Wir brauchen viel Werkzeug. Gehen wir zum Bauplatz. Go, go, Power Rangers. Hallo? Ich möchte einfach... Wie du wünschst. Wir brauchen viel Werkzeug. Nun gut. Bitte folge mir. Ich werde dann die Bauarbeiten überwachen. Sonst wird das ein Desaster. Oh Gott. Ich mach immer noch miese. Nee, nee, nicht allzu viel. Irgendwie 55 oder 35, ich weiß nicht mehr. Wir kriegen halt 500 dadurch, das... Naja. Du wirst nicht fürs Nähen bezahlt. Was soll der Scheiß? Naja, jetzt haben wir wenigstens ne Schmiede. Okay. So, Ferdinand. Gehen wir mal und gucken, wie es jetzt bei uns aussieht. Ja. Hoffentlich ansatzweise ein Plus. Nee, ansatzweise. Wir werden Minus haben. Nicht allzu viel. Es steht fest. Minus. Wie viel Geld habe ich noch? 1500. Viel ist das nicht. 80. Oh, 80 Minus. Wie komme ich denn am Plus? Gehen wir mal ganz nach hinten. Das Geschäft macht 180 wegen Kohle von den Roadshops. Freunden? Karrenpferde, ja. Schießstand. Ich hab kein Wachhaus. Ich hab auch keine Schenke. Stimmt. Gäste der Schenke sorgt für... Okay. Stellung sorgt für den Händler 120. Hufeisen aus der Schmiede. Schmiede habe ich. Ui. Es kostet 5000, das. Bäckerei. Schmiede. Rüstzeug für Waffenschmied. Wie kriege ich das denn? Es kostet Geld, ja. Achso, aufwerten wahrscheinlich, ne? Aber ich seh nicht, was das kostet. Ist das 1000? Müssen die Schmiede upgraden. Aber ich weiß nicht, wie viel das kostet. Ähm. Ja, müssen wir gucken. Alter, der geht aus dem Weg, Pferd. Ich möchte... Wie du? Schmiede. Ach, scheiße. Ich hab's vergessen. Ah, ich glaub... So, okay. Äh, Schmiede, Schmiede. Ich hab's vergessen, ey. Oh, Gott. Athos. Kirche. Schmiede. Was steht denn da? Ich glaub, da steht irgendwas mit 1000. Das würde mich aber... Waffenschmiede. Plus 250. Okay. Alfred darf nicht mehr trinken. Oha. Alfred darf nicht mehr trinken. Gibt uns sogar 5... Groschen mehr. Ist ja lustig. Aber da würde er wahrscheinlich... Äh... In der Schenke mehr ausgeben, ne? Stimmt. Okay, das heißt, ich muss... Ich muss immer drauf achten. Okay. Ich möchte etwas... Wie du... Verbesserung, Schmiede. Vater, das geht leider nicht. Im Hauptbuch steht... Wie? Ah, ich glaub... Wie, das geht nicht. Was, was, was? Wart, 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 wart? Habe ich etwa nicht genug Geld? Ich weiß ja nicht, wie viel Geld ich brauche. Was Kacke ist das? Ach, da ist ein X. Ich habe also nicht genug Geld. Okay. Ich sehe es. Wenn ich jetzt noch... ...mein letztes Geld da reinpacke... ...rechte es dann? Wird er reich. Ich weiß ja nicht mal, was da steht. Könnten noch 4.000 sein, ja. Ja gut, dann müssen wir... ...müssen wir erst wieder Geld dann sammeln. Schießstand, ja. Geschäft kann ich nicht upgraden. Schenke, 8.000 kostet mich das. Also ich könnte einen Bienenstock machen, aber der gibt mir nichts. Honig für Bäcker... ...80. Dann würde es sich ja schon wieder lohnen. Aber ich habe ja keinen Bäcker. Okay. Na gut. Wir machen jetzt nicht so krass viel Minus. Wir sollten uns aber sputen, langsam dann wieder ins Plus zu kommen. Äh, dafür brauchen wir ein bisschen Geld und da ist schon wieder eine Aktivität. Okay, wir müssen genau aufpassen. Und dann die Resultate sehen. Was ist jetzt wieder los? Ähm, es gibt ein Problem mit dem Wasser. Das heißt, mit dem Bach. Mit der Nutzung des Baches. Der Bach? Was stimmt denn nicht mit dem Bach? Herr, man verbietet mir zu scheißen. Ähm... Wie bitte? Dein Lokator hier lässt die Leute nicht scheißen gehen. Gott, gib mir Stärke. Ähm... Meister Lokator, wärst... Wärst du bitte so freundlich, mir zu sagen, was hier los ist? Ich habe niemandem verboten zu sche... ...zu defekieren. So etwas lässt sich ohnehin nicht verbieten. Und dennoch... Ich habe nur darum gebeten, das... ...Geschäft stromabwärts zu verrichten. Schließlich wollen wir hier doch kein völlig verschmutztes Wasser. Die ganzen Krankheiten... Was für Krankheiten? Was für Krankheiten? Verdauungsprobleme, Fieber, sogar der Tod. Ach, das ist doch dummes Zeug. Wir haben unsere Scheiße immer auf den Weg gekippt. In Prag machen sie das auch so, wie ich höre. Was will man sonst damit machen? Die Pest kommt dann. Die Pest! Äh... Ich habe eine Entscheidung gefällt. Ich habe entschieden. Auf 150 Fuß stromabwärts bestehen. Es darf nur mindestens 150 Fuß vom Dorf entfernt defekiert werden. Wer gegen diesen Erlass verstößt, wird mit 10 Stockschlägen bestraft. Was? Das ist fast so viel wie für's Stehlen. Ein strenger Erlass. Ja. Aber er dient dem Allgemeinwohl. Gut. Wir dürfen also endlich wieder scheißen gehen. Ich sage den Jungs Bescheid, dass wir zum Bach gehen können. Das war eine harte Zeit. Du meinst, du warst jetzt Aldi? Nein, sag es nicht. Ich will es gar nicht wissen. Na gut. Das hätten wir geklärt. Ohne ich will sorgen, ne? Äh... Wir kümmern uns erstmal weiter um... Wer ist dein neues Zuhause? Herr Divish hat mich gebeten. Renoviere die Kirche. Okay, äh... Kriegen wir auch noch hin. Wir gehen mal Berichte Florian und so weiter, ne? Wir müssen ja irgendwie Geld sammeln. Wer sind die jetzt gerade? Was macht ihr denn da, sag mal? Ich weiß gar nicht, wie... Von wo soll ich überhaupt angelaufen kommen? Überfall auf dem Weg, mach ich. Gebt mir euer Geld. Ich überfalle euch. Wir drehen den Spieß jetzt um. Und wir nehmen natürlich nur die wertvollsten Sachen an uns. Oh, eine Truhe. Das ist ja hübsch. Wo seid ihr Schweine? Gebt mir euer ganzes Geld. Kann auch sein, dass die erst kommen, wenn ich die Truhe öffne. Ja, die kommen erst angescheißert, wenn ich das Ding öffne. Oh, eine Truhe, die ist leer. Unglaublich. Ich will dein Geld, Bastard. Und all deine Werte... Das geht ganz sch... Ernsthaft? Ja. Mehr hast du nicht drauf? Wo ist mein... Was ist mir bei einem Fall im Bogen passiert? Oh Gott. Du hast weiche Knie bekommen, was? Was ist denn das? Ich habe ihn getroffen, 100 pro. Ich brauche seine scheiß Rüstung, die ist wertvoll. Ja. Das nennst du Camp... So ein Penner. Trau dich doch. Nein, ich habe mein Pferd getötet. Ich habe mein Pferd getötet. Oh mein Gott, ich habe mein Pferd getötet. Nein. Oh Gott. Ich bin am Arsch. Hilfe. Oh Gott. Komm her, du weichei. Oh Mann, ich habe mein Pferd getötet. Oh Mann, ich habe mein Pferd getötet. Oh Mann, ich habe mein Pferd getötet. Kacke. Kacke, das ist nicht dein Ernst, Zero. Oh mein Gott. Redi. Redinand. Er ist nicht tot. Der kommt wieder. Huch. So ne Teilreich hättet ihr nicht sein müssen. Oh, der kommt wieder auf die Beine. Egal, ich habe das Geld. Mehr wollte ich nicht. Gehen wir da hin. Ich hoffe, mein Pferd kommt wieder. Scheiße, Mann. Ich hoffe, es ist nicht tot. Ups, das wollte ich nicht rausholen. So, wo ist hier die nächstgelegene Schenke? Oh Mann. Ach, guck mal. Die ist hier gleich. Hier vorne. Gehen wir da noch zuerst hin. Oh, dir geht es gut. Sehr schön. Einfach mein Pferd umgebracht, ey. Tja, läuft ja gut, ey. Hallo, mein Pferd. Mein Gott, was ist dir zugestoßen? Ich konnte deine Esther finden. Ich weiß. Wie kann ich dir jemals danken? Indem du mir verrätst, was es mit Rapota auf sich hat. Sie fand mich eines Abends im Wirtshaus. Ich wollte gerade scheißen gehen. Da fing sie an, mich zu bedrängen, für sie zu arbeiten. Sie? Ja, Rapota und ein Ritter namens Herr Jeschek. Und was dann? Sie erklärten mir, was sie wollten. Und ich sagte, sie sollen sich verpissen. Ich schätze, das hat ihnen nicht gefallen. So schlimm war es nicht. Sie warfen mich auf den Scheißhaufen und gingen. Ich dachte, es wäre bloß ein Scherz von Trunkenbolden. Aber dann entführten sie Esther. Okay, warum hast du es keinem gesagt? Deshalb hast du es keinem gesagt? Zuerst hielt ich es für einen schlechten Scherz. Und als sie Esther mitnahm, war es schon zu spät. Okay, und wo ist er? Wo finde ich Rapota? Normalerweise in meiner Nähe. Was soll das heißen? Er verfolgt mich auf Schritt und Tritt. Und wenn ich zu Hause bin, sitzt er auf der Bank im Hof und beobachtet das Haus. Also ist er jetzt hier? Schwer zu sagen. Manchmal sehe ich ihn, wenn er im Wirtshaus Vorräte kauft. Na schön. Wenigstens weiß ich, wo ich anfangen kann. Und du gehst morgen zur Arbeit, hörst du? Warum? Weil wir ihn aus der Reserve locken müssen. Außerdem ist dein Meister bestimmt erfreut, dich zu sehen. Das bezweifle ich. Na gut. Ich gehe, ehe er davon kommt. Ich sollte besser aufbrechen, ehe der Schuft davon kommt. Geh! Hoffentlich zeigst du es ihm. Ich muss etwas zu essen besorgen. Langsam knurrt dein Magen. Jaja, kriegen wir auch noch hin. So, okay. Questlock. Ja. Allein schon, spüre ich ihn auf. Der ist doch schon längst gefangen. Gut, wir haben noch Maskerade. Die Seuche hat sich auch noch nicht geklärt. Okay. Stimmt, das wollten wir auch noch zu Ende machen. Gut, alles was glitzert, ich würde sagen, dann machen wir die Hauptquest zu Ende. Ja, so, aber als allererstes. Etwas fudern. So, und dann schlafen. So, als nächstes würde ich sagen, ach, gehen wir aus dem Weg, Alex. Wir gehen mal zum hiesigen Händler und verkaufen noch unsere Sachen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie schnell an Geld kommen. Ich meine, ich könnte klar offscreen noch ein bisschen fahren, was ich auch wahrscheinlich machen werde. Ob in der Küche oder auf der... Dafür muss ich eigentlich nur Tränke brauen. So, Vermögen des Händlers 8000. Cool. Ich möchte gerne Sachen verkaufen. Ich habe am Start Rüstungen für dich. Da, 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 den, den und den. So, Nahrung. Joa. Gerade nicht viel. Ja, das muss erst mal reichen. 1000 kriege ich dafür. Oh Gott. Ist ja jämmelig. Falsch wir. Reden wir über den... Nun. Ich gebe... Oder ich möchte so viel haben. Ist das genug? Es muss schon mehr sein. Das geht auf die Hälfte und dann... Nehmen wir die Hälfte. Mit der so... Dankeschön. So, okay. Dann geht's weiter. Ich finde es echt kacke, wie... Der Preis gesenkt wird. Ich wollte gerade schon sagen. Ist das der kopflose Reiter? So, äh... Wie sieht es hier eigentlich aus? Ah, Redekunst. So. Silberzunge. Äh, beschert dir einen Bonus auf Redekunst beim Falschen. Wenn ein Händler beim Falschen die Geduld verliert, erhältst du deine letzte Chance, immer ein Angebot zu überholen. Okay. Händler sind eher gewillt, dir gestohlene Ware abzukaufen. Deine Redekunst ist um drei Punkte erhöht. Wenn du dich mit adeligen, wohlhabenden Leuten unterhältst, kannst du... Okay. Silberzunge. Ganz klar. Das ist genau das, was wir momentan brauchen. Und ich habe die Quest nicht aktiviert, ne? Gut, Freunde. Ich würde aber sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und vielleicht kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Und... Hey. Hör auf. Und können die Schmiede verbessern. Haut rein. Ciao. Ciao.